ähm, ähm, äh, äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Wort zu erhalten. Vault 111. Klingt gut. Oh, das ist es, glauben Sie mir. Nun, Sie haben bereits Zugangserlaubnis für den Fall einer unerwarteten, ähm, ähm, totalen nuklearen Vernichtung. Ich muss nur noch ein paar Informationen überprüfen, mehr nicht. Klar, legen wir los. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Nun, ähm, also dann. Klingt gut. Klingt gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es folgt eine Entseuchung und Dekombinierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannend. Zeit für ein ganz neues Leben. Bewohner sicher. Lebenszeichen normal. Vorgang abgeschlossen. In fünf, vier, drei, zwei. Vorgang. Wendliche Steuerung in vier, Kälte scharf, beendet. Das ist sie. Da. Mach sie auf. Fast. Alles wird gut. Lassen Sie den Jungen los. Ich sage Ihnen das nur einmal. Malen. 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 2. 3. 4. 5. 5. 7. 9. 10. 12. 12. 16. 16. 16. 16. Kriegsruhranlage. Alle Wunsch. Weich unverzüglich verlassen. Komm schon! Das muss doch irgendwie aufgehen! Kritischer Fehler in Kryo-Anlage. Oh Gott! Warum soll der Vortech das tun? Fehlfunktion der Notfall... ...überbrückung der Ausgangstür. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vortech-Wartungsmitarbeiter. Die Fehler in Kryo-Anlage. Alle in den Bereich unverzüglich verlassen. Kritischer Fehler in Kryo-Anlage. Alle Wollt-Bohr-Bohr-Bohr-Bohr-Bohr-Bohr. Züglich verlassen. Kritischer Fehler in Kryo-Anlage. Alle Wollt-Bohr-Bohr-Bohr-Bohr-Bohr-Bohr-Bohr-Bohr-Bohr-Bohr. Kritischer Fehler in Kruppen. Alle Wolfsbewohner müssen den Bereichen. Riesenkakerlhaken? Was zum Teufel? Riesenkakerlhaken? Riesenkakerlhaken? Was ist hier passiert? Wo sind alle? Ist das alles, was noch übrig ist? Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020